Hi, heute heißt es in Aufsichtsweise mal Karriere statt Marketing. Mit über 20 Jahren Erfahrung, auch auf internationaler Ebene, habe ich vor allem auch eines gelernt. Der Schlüssel zu langfristigem Erfolg liegt im Commitment und in der Verbindlichkeit zwischen Menschen. Vertrauen und stabiles Engagement sind oft viel entscheidender als kurzfristige Erfolge. Doch wie schafft man dieses Commitment? Indem man offen und ehrlich kommuniziert, sein Wort hält und echtes Interesse an seine Gegenüber zeigt. Und ob mit Kollegen, Partnern oder Kunden, echtes Commitment ist oft ein starker, starker Hebel für erfolgreiche Kooperation. Persönliches Commitment hat einen enormen Einfluss auf deinen beruflichen Erfolg. Setzt also auf Vertrauen, Verlässlichkeit, verbindliches Commitment und der Erfolg wird euch recht geben. In diesem Sinne, bis bald und viel Erfolg für eure Karriere. Verlässlichkeit in der Regel